Hallo, mein Name ist Christian Kladeg und ich bin Leiter der Leica Akademie Austria. Heute beschäftigen wir uns mit dem Leica APS-C System und im Speziellen mit der Leica CL. Die Leica CL verbindet traditionelles Design mit modernem Bedienkonzept und ist eine wirklich schön kompakte Kamera. Es stehen vier Festbrennweiten zur Verfügung, die kompakt gebaut sind und eine herausragende Bildqualität liefern. Genauso gibt es auch drei Zoom-Optiken, die Ihnen mehr Möglichkeiten bieten und sie somit flexibler sind. Es stehen genauso die Optiken der Leica SL zur Verfügung und mit Adapter kann man M-Optiken und R-Optiken ebenfalls verbinden. Die lichtstarken Festbrennweiten bieten Ihnen die Möglichkeit, kreativ mit Schärfe und Unschärfe zu spielen und so neue Möglichkeiten der Bildgestaltung einzusetzen. Sie können auch die Vollformatobjektive der Leica SL nutzen. Das hat den Vorteil, dass Sie auch den integrierten Bildstabilisator verwenden können, um so verwackelungsfreie Aufnahmen zu machen. Der Vorteil bei SL-Optiken liegt darin, dass Sie diese ohne Adapter an der Leica CL nutzen können. Mit Adapter können Sie auch alle Ihre M- oder R-Optiken verwenden. Dabei stehen Ihnen mehr als 120 Möglichkeiten zur Verfügung. Die Bildqualität der kompakten Leica CL ist dabei auf selbem Niveau wie das der Leica SL. Sie ist damit ein vielseitiger und treuer Begleiter auf allen Ihren Unternehmungen. Wenn Sie mehr über die Leica CL erfahren wollen, besuchen Sie uns im Leica Shop oder im Leica Store oder einem unserer autorisierten Leica Händler. Oder Sie testen die Kamera bei einem Akademie Workshop.